Der Zona-Mikrofon mit einem ultra heftigen XP-Glitch, gebt einfach diesen Code ein, geht sicher, dass ihr Version 39 ausgewählt habt, dann startet ihr einfach ein privates Match, kommt in die Zwischendobby und das Ganze startet dann. Das Ganze ist ja mittlerweile hier bekannt, rüstet euch auf jeden Fall mit dem Chimera-Strahler zweimal aus und nehmt dann noch zweimal dieses Minigun-Gewehr mit. Und dann geht ihr hier rechts von der Telefonzelle, hier ganz rechts in die Ecke und dann werdet ihr blau leuchten. Dann führt ihr einmal ein Emote durch oder einen Tanz, dann baut ihr euch vier Böden nach vorne und dann werdet ihr sehen, dass ihr hier schon wieder blau leuchtet. Hier macht ihr jetzt wieder einen Tanz, dann rennt ihr wieder zurück und hier leuchtet ihr jetzt nochmal blau, hier macht ihr jetzt den dritten Tanz. Und nachdem ihr diese drei Tänze gemacht habt, geht ihr hier direkt mal über die ganze Karte hinten zu diesem Supporter-Creator-Button und dann müsst ihr hier so ein geheimer Knopf sein, wo ihr mit interagieren könnt. Dort einmal einfach mit interagieren bzw. Viereck drücken und dann geht ihr hier links in die Waffenecke. Hier ist so ein Mini-Trunk, links davon seht ihr jetzt die Chimera-Strahler und von hier baut ihr euch jetzt 15 Rampen nach oben. Und dann gucken wir mal weiter, was ihr machen müsst. Also erstmal 15 hier abzählen und dann baut ihr euch einfach einen Boden, dann einen Boden nach rechts und dann nochmal einen nach rechts und ihr müsst dann noch einen dritten hier gerade ausbauen. Das habe ich jetzt hier am Anfang nicht gemacht, vergesst das nicht. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt hier anfangen XP zu fahren. Hier das ist jetzt das erste Viereck, was richtig ordentlich XP gibt. Ihr seht, hier geht es bis in die 32.000 Reihen oder so. Und dann geht ihr hier links auf dieses Viereck, farmt euch auch nochmal hier ordentlich was ab, weil halt wirklich bis nichts mehr an EP kommt. Und dann, wie gesagt, gibt es hier ganz rechts noch ein drittes Viereck, das braucht ihr auch noch. Und wenn ihr alles aufgebraucht habt, startet das Ganze neu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr neu seid, shoppt ein Abo. Wir sehen uns in anderen Videos. Haut rein! Wir sehen uns in anderen Videos.